Hallo, Freunde, herzlich willkommen wieder zu Minecraft Terra mit dem Bein Chaoten hier. Hallöchen. Hallöchen. Ich bin immer noch auf Suche nach Eisen. Genau, und in unserer kurzen Aufnahme-Pause hier hat es angefangen zu pissen. Ah, richtig ätzend, ey. Was hast du denn gefunden? Samen. Echt? Was für welche? Oder? Ja, irgendwas hast du. Hafensamen. Geil! Die brauchen wir. Die Erkundung geht natürlich für weiter. Henning, brauchst du was zu essen? Da. Ich teile meinen Kohl mit dir. Oh, geil. Ich gebe dir mal den Helmut. Den Helmut. Es fangt nicht mit Flachwissen an. Alter, heute ist irgendwie was im Busch, Alter. Es geht die ganze Zeit schon so, Alter. Es hat schon so angefangen. Was sind das denn? Ich habe angefangen. Ne, das hat schon so angefangen, habe ich gesagt. Ich wollte gerade sagen, das hat schon so angefangen. Es hat schon so angefangen, wo ich ins TS gekommen bin, heute. Ich will. Ich will. Also manchmal hat man jetzt Hagebein im TS, das geht ja manchmal gar nicht. Manchmal ist es auch Tot Rose. Apropos, der TS ist übrigens für jeden verfügbar. Also wenn ihr irgendwie mit uns sprechen wollt oder nur mit Freunden oder mit anderen Usern, könnt ihr auch gerne auf den Teamspeak joinen. Wollte ich gerade mal nur so anmerken. Genau, einfach mal Eigenwerbung machen jetzt hier. Boah, kann man da Popcorn draus machen? Gar nichts Eigenwerbung einfach so. Willst du ein Popcorn im Korn haben? Alter, ich habe Mais gefunden. Wo? Wo? Holt die Mehldrescher raus. Boah, Alter, ist das viel OZ. Ich habe Zuckerrohr gewonnen. Maismehl. Kann man was mit Zuckerrohr machen? Eigentlich. Mit Zuckerrohr? Keine Ahnung, man musste mal in die Hand nehmen und dann einfach mal abernten. Ich habe auch Mais gefunden. Henning, du müsstest mir tragen helfen, weil ich habe nämlich ganz viel Mais. Wo bist du denn? Ich bin halt da rüber zu den gelben Blumen gelogen. Welchen gelben Blumen? Also ich bin hier unten am Wasser. Ja, warte, komm ich herkunde. Alter, sagst du mir mal auf, die Gegend zu erkunden, Alter. Warum? Weil es etwas laggy ist. Bei mir geht das gerade. Ja, ich merke es nur beim Aufsammeln. Ja, ich mache schon wieder einen Abgang von hier. Ich will noch gerade kurz die eine Ecke hier mitgehen und dann bin ich auch gleich schon auf dem Rückweg. Also ich habe jetzt fast zwei komplette Dings voll. Ähm, wie heißt es? Mais. Mais. Stacks. Sehr schön. Also Essen haben wir jetzt erstmal ein bisschen. Geil. Ich bring auch Mais-Samen mit. Du bringst deine Samen mit? Ja. Ich habe Squash gefunden. Ey, cool. Was? Squash? Ja. Hm. Auch eine Pflanze. Ja. Kann man auch essen. Ich finde kein Eisen. Und Samen und so. Und ein Mashroom habe ich jetzt. So, also ich muss jetzt zurück. Ich bin auf jeden Fall komplett voll. Und außerdem muss ich... Scheiße, ich muss mal mehr Kupfer denken. Ah, hier sind ganz viele Hühner. Ja. Man, die ist schon so. Markiert ihr das irgendwie? Ähm. Nein, kam nicht so was. Verdammt. So. Oh, ich habe das Meer gefunden. Ich werde, ich werde bei meinem Glück. Ja. Bei meinem Glück ist mein, mein Kupfer schon wieder kalt jetzt. Hm. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe noch ein paar Kürbisse gefunden. Jo, wahrscheinlich ist das wieder... Ja, Kürbisse habe ich auch. Ähm. 14, 14 Stück. Ja, ich sammle gerade noch ein und dann... Weil da können wir nämlich schön Kürbisslaternen draus machen. Weil die gehen nämlich wenig wenig aus. Die bleiben immer an. Ja, dann können wir die wieder ein bisschen verteilen. Ja. Dann können wir wieder ein bisschen Licht machen. Bevor die berührende Versicherungsverteile uns alles weg sprengen. Alter. Und das Geld natürlich eintreiben. Und natürlich auch. Boah, Alter, jetzt geht's die Tiefrunde. Hier sind Schweine. Schweine, cool. Henning hat seine Familie gefunden. Halt die Klappe. Hier. Ja, wie klar, markiert euch das irgendwie, dass wir das mal wieder da hin zurückfinden. Ja, ich weiß schon den Weg. War... Weine. Ich habe jetzt einen Wegpunkt Home, einen Wegthühner, einen Wegpunkt Schweine. Okay. Läuft bei mir. Und was ist das vielleicht draus? Gleich eine Farm. Hennings kleine Farm. Ja, ja. Mais und so habe ich in die unterste Kiste gepackt, ne? Ja, kümmere ich mich jetzt sofort darum, wenn ich zu Hause bin. Auch der Mais-Samen ist da drin. Mais-Kohl-Samen habe ich noch mitgebracht. Ich habe einen Topaz-Splitter gefunden. Cool. Oha. Aha. Okay. So, Keramikformen. Und jetzt werde ich erstmal... Sind meine Keramikformen fertig? Ähm, ja, ich habe auch noch Keramikformen. Ja, die sind freilich fertig. Sehr schön. Was? Wir können eventuell schon die ersten Barre machen. Oh! Alter. Ja, dazu muss ich erstmal hier... Oh ja, ist noch flüssig. Wir haben Glück gehabt. Ich bin noch übelst weit weg hier. Wir haben Glück gehabt. Toll, es sind nur noch 40 Units drin. Lol. Was denn? Es waren nur noch 40 Units drin. Hey, ich hätte vorher mal reinschauen müssen. Verdammt. Was reicht noch nicht, oder was? Ja, brauchst du immer 100 Units für einen Barren. Ach so. Das heißt, du hast jetzt nur einen gemacht. Ja, nicht mal einen. So, nicht mal einen. Nee. Halt... 0,5... Äh, halt 40% davon hat es gegeben. So, Kupfer... Ja... Starke Sache. Kupfer... Gib mir mal alles Kupfer. Ich mache hier übergerecht. Hier ist gerade irgendjemand gekommen. Ach, da oben. Hast du Kupfer mitgenommen? Bitte? Hast du Kupfer mitgebracht? Kupfer... Ich habe noch ein bisschen Kupfer. Alles her, ich... Weil ich... Ich schmelze das alles gleich mit einmal ein. Oh oh. Alles so ein bisschen gemischt. Ne, das brauche ich... Brauche ich nicht, ich brauche. Oh oh. Nur Kupfer. Was oh oh. Lusten? Ja? Zombie Apokalypse pur. Läuft. Ja, mit Sperrträgern und so. Ich versuche da gerade drum herum zu laufen. Oh 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 oh. Pfff. Deine Formeln habe ich mal rausgenommen. Oh oh oh. Ah! Bitte? Ne, ich meine jetzt... 69 Leben! Ich muss rennen! 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 Äh, ich bin doch gerade 154 Meter entfernt. Okay, läuft bei dir. Wollte auch gerade sagen... Läuft hart. Deswegen sag mir immer wieder... Rechtzeitig zurück. Zwecks Dunkelheit und so. Ach. Oh oh. Nein! Spinni! Fuck wie! Ähm... So. Ich mache uns jetzt erstmal ein bisschen... Ähm... Hallo Freunde! Ein paar Kürbisfackeln. Geht da voll ab, Alter! Wollte grad sagen, er hat da richtig zu... Ich bin so raus. Kämpfen habe ich so das Gefühl. Aber nur leichtes Gefühl. So. Ähm... Gebt das Kupfer her. Gebt das Kupfer her. Gebt den Kupfer her. Da. Kupfer, Kupfer. Hinter dir. Danke. Oh, ich dachte gerade was hinter mir. Das Kupfermonster. Ähm... In dem unteren ist oben drin Mais. Ja, ich bin den schon am anbauen, den Mais. Ich weiß gar nicht wo ich das... Ähm... Dieses Hafen, wo ich da hinballern soll, weil die Kisten voll sind. Ja, dann müssen wir halt noch Kisten bauen. Wollte grad sagen. Wir haben doch immer noch Bretter, oder? Oh, oben rechts. Ganz oben rechts. In der oberste Kiste oben rechts. Ah, ich habe aber keine Hoh mehr. Ich habe keine Hoh mehr. Oh, yo. Oh, shit. Oh, shit? Äh... Was denn? What? Habt ihr noch was zu essen, oder? Äh... Ja, halt... halt Mais, ne? Ich hab hier sonst auch noch, äh... Trosch. Ja... Trosch. Ess erstmal den Mais. Achso, und Mais hab ich auch noch, ja. Und ein Mashroom hab ich noch. Ähm... Hat jemand noch ein bisschen Holz? Achso, warte, wir haben ja Holzlager unten. Ja, Mann, Quart. Denkst ja los. Oh, shit. Wie kann ich mir eine Hoh machen? Äh... Warte... Äh... 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 Wie war denn jetzt eine Hoh? Ach, mit einem Stick und... Ach, nee, komm. Und... Was? Du fehlst mir jetzt noch, Alter. Boah, lass mir die Eisenschaube fallen, Junge. Bitte, lass die Eisenschaube fallen, bitte. Ähm, Chris? Ja? Wie ging das jetzt nochmal? Mit der Truhe? Das ist ein Messer. Ja, halt einfach, wie man eine Truhe baut. Uuuuh... Ja, irgendwie hat sich mein Feld wieder auf vier... Wieder... Ja, dann musst du... Ja, dann musst du halt... Äh... Vier Holzplanken machen. Und dann machst du dir halt normales Crafting-Feld. Meine Säge haben wir zur Noten noch, ja. Äh... Wie war das mit den Feldern nochmal? Äh... Warte... Diese grauen... Äh... 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 Dieses... Dieses Knepping? Hä? Das Knepping, meinst du? Ja, dieses graue Feld, damit ich dieses Steinteil machen kann. Äh... Das kriegst du, indem du einfach Steine... Steine in die Hand nimmst und dann rechtsweg machst. Ok... Ok... Steine in die Hand nehme... Und... Na, klar, nicht so richtig. Hm. Was ist denn hier Stein? Ja, halt Basalt oder halt irgendwie sowas. Basalt. Oh, ich hab... Ich hab Blei gefunden. Rechtsklick, nicht Linksklick. Nervig. Rechtsklick. Was... Was machst du? Ja, Rechtsklick. Junge, das hier! Was? Das... Das sind Steine. Na, du hast gesagt Basalt oder so. Ja, das ist doch Basalt. Ja, das ist auch Basalt. Cobblestone. Ja, das sind aber... Das sind aber Basalt Cobblestone und kein Basalt, äh, ähm... Trocken. Aha, ist ja okay. So, und jetzt? Wie kann ich das machen jetzt hier? Indem du das Rezept von der Hau jetzt reinpackst. Ich hab keine Ahnung, wie die Hau ging. Ich hab da auch keine Ahnung von. Na, gib halt einfach mal Hacke ein, such das Hackenrezept. Ja, doch, ich hab das schon. Ich hab verkackt. Was ist das, du gehst was? Halt die Schnauze. Das ist doch sogar einfach, das ist das Hackenrezept. Reicht du, Tab? Das ist sogar richtig einfach. So, ne? Hä? Ja, Mann, ich hab's geschafft. Geiler Typ. Problem ist mal, wo kriegen wir Eisen her, Alter? In der Hau gecraftet. Hä, ich hab dir doch auch ganz viel mitgebracht, oder nicht? Ja, das ist doch alles Kupfer. Ach, das ist alles Kupfer. Ups, Entschuldigung. Das ist alles Kupfer. Das ist blöd. Hast du eine Schaufel? Bissmut, klar. Ja, ich... Ich hab doch mal alles aus Kupfer gemacht, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ist ja alles schon kaputt. Wie hat denn das gemacht? Ich hab noch keine Schaufel gekriegt. Hülle dich. Nein. Ich hab nur ne Pickaxe und ne Axt gekriegt. Alle ne Schaufel gekriegt. Genau, Mann. Echt so? Ne, warte mal, ich schaufel. Sonst würd ich vorschlagen, wir machen uns einen Mineneingang. Hey, wo hab ich denn denn ne Falltür aufgesammelt? Hä? Falltür? Ja, ich hab ne Falltür aufgesammelt. Die haben bestimmt der Henning abgebaut. Wow. Ich hab nichts abgebaut. Ich bin unschuldig. So, jetzt wär hier erstmal schöne, gemütlicher hier. Einfach Kürbisse setzen. Hm. Schön gemütlich seh ich das auch. Geh weg. Mit Licht und so. Oh, Entschuldigung. Ja, Mann. Licht. Ja, Mann. Ja, Mann. Waren jetzt die Pranks gewesen? Hm. Ich möchte gerne ein Schwert haben. So. Gibt's hier kein einfaches Schwert. Cool, oder wie schön die hell ich's jetzt mach? Ja, sieht gut aus. Stopp. Die Wette gilt. Jetzt möchte ich schön gemütlich alles beleuchten. Mhm. Kopfer. Iron. Bonxe. Steel. Ich will jetzt so nen Mineneingang anfangen. Steel. Haben wir Stahl? Das ist schon witzig. Haben wir nicht, ne? Ne. Ey, schau mal auf die Karte, wie schön ich beleuchtet hab, Alter. Ja, richtig gut. Oh yeah. Leuchtet hier alles, ey. Mit seinem Kürbis. Achtung, da unten ist ein Zombie im Wasser. Ja, hab ich schon gesehen. Also um das Holz weiter zu verarbeiten, muss man die bestimmt sägen, oder? Durchaus. Durchaus. Wir haben bestimmt keine Säge, oder? Doch. Die hat, die hat Dings doch. Die hab ich. Kann ich die mal haben? Ne, ne, wir haben einfach noch eine gemacht. Ja, hier, komm raus. Ich hab den Zombie getötet. So, vermute es mal. Umba, umba, umba. Umba, umba, umba. Was war's? Ich baue unserem Besten. Ich baue unserem Besten schon mal nen Ofen. Einen Hochofen. Ähm, Chris, wollen wir hier, ähm, hier den Mineneingang machen, irgendwo? Ist mir eigentlich Rille, mach was du denkst. Ey, ich frag nur Vorsichtshaber. Ist mir Rille, mach was du denkst. Alter, was ist denn bitte Bleiglanz? Weiß ich nicht. Das ist aber kein, kein Ding, was du da machst, ne? Kein Höhleneingang, weil bei dir stützt's gerade alles ein. Bleiglanz. Bleiglanz haben wir nämlich ganz viel. Ja, ist Blei, was glänzt. Haha. So. Sind die hier schon fertig, die Tomaten? Ich probier mal. Basaltpflasterstein. Allerdings sind die fertig. Hat jemand TNT? Jetzt wird's schneller gehen. Hat jemand TNT, Alter? Wir sind froh, dass wir mal was zu fressen haben und du willst TNT. Alter. Hat jemand TNT, hä? Hä? Hat jemand TNT für den kleinen Knaben, ne? So. Das wird sowieso nichts, was du da machst. Merk ich auch gerade. Das wird alles nichts, weil das alles einstürzen wird. Mein lieber Freund der Sonne. So, Erde, Erde, Sand, Basaltpflasterstein. So, Jungs und Mädels. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Tomatitos. Wie sieht es eigentlich mit der Zeit eigentlich aus? Ganz gut, so weit. Und bei dir? Ähm, gleich. Haben noch Mengen Zeit. Ich habe jetzt zwei, vier, zehn Tomaten. Echt? Mhm. Wie packe ich die jetzt zusammen einfach immer? Einmal ins Craftingfeld legen. Wie soll ich hier, wie soll ich hier den Ofen rausbauen, Alter? Ja, du lachst. Wie soll ich hier den Ofen rausbauen? Weiß ich nicht. So. Wenn die Scheiße hier immer nachrutscht. Ja, was machst du denn? Ich will den Ofen bauen. Ja, dann bau doch den Ofen. Ja, bin ich da gerade dabei. Die Scheiße rutscht mir immer nach. Ja, mach das doch. Ja, mach das doch. So. Was ist jetzt hier? Hiervon ist doch noch nichts irgendwie ready, oder? Auf jeden Fall nicht so danach aus. Sieht auf jeden Fall nicht so danach aus. Was sind meine Segel hingelegt, Alter? Äh, die haben noch einen Momentar. Geh mal, geh mal her, ich muss mal ein bisschen. Ja, endlich hat's auch kurz zurück. Ja, das geht mir auch um. Sack, diese Scheiße. Also, Henning, du musst ja nicht hier in Dauer nicht an Spanzen aushalten und pissen. Ja, was willst du denn, Alter? Hä? Entspann dich mal ein bisschen, ey. Hä? Alter, jetzt geht's aber hier... Geht's aber los, ey. Kriegst du heute nichts zu essen? Nicht lieb gewesen. Jawohl! Ja, nee, gar nicht. Hat meine Grafikkarte hier wieder rumgespackt, war wieder klar. Aha. Siehste, du wirst gleich bestraft. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht beschädigt. So, und weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Ich beende auf jeden Fall die Folge, weil die ist nämlich vorbei. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat... Ja, gut. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir immer positive Bewertungen da. Schaut mal bei den anderen Vögeln da vorbei. Und dann... Au, 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 au. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Tschüss.